Ah, werter Freund, ich bin Pura, ich bin Deutscher, unsere Familie war berühmt in ihrer Töpferkeit. Hört mich kennen mit Ehre, du kleines Luder. Mein Hotel ist so sauer wie Welsenpopo. Du kannst mich nicht immer noch in der Nase haben. Well, I'm afraid I've got some bad news. Aloha und willkommen zu Radio Zoggerbude, dem magazinartigen Podcast hier auf meinem Kanal, Ausgabe August 2016. Diese Ausgabe bin ich mal wieder solo unterwegs hier und statt eines großen Themas habe ich mir zwei Themen gesucht, zwei mittelgroße Themen sozusagen. Das eine ist ein, nun ja, ein Nachtrag oder eine Neuauffassung oder wie auch immer. Jedenfalls das erste Thema ist das Labyrinth der träumenden Bücher. Manche von euch werden sich vielleicht erinnern, dass ich dieses Thema schon mal in einer Art Vlog im Jahr 2012 besprochen habe. Dieses Video gibt es aber nicht mehr, weil es auch einfach nicht mehr aktuell wäre, der ganze andere Kram, den ich da noch erzählt habe und so weiter. Da ging es einfach nur darum, wie soll sich mein Kanal entwickeln und so ein ganzer Bullshit. Und da habe ich auch jedenfalls gleich was erzählt, wie ich so das Labyrinth der träumenden Bücher finde. Da es das Video aber nicht mehr gibt, wurde ich immer wieder gefragt, was denn nun eigentlich meine Meinung ist von Leuten, die das Video gar nicht gesehen haben oder nie sehen konnten. Deswegen ist für die diese Ausgabe Radio Zockerbude da, wo ich das nochmal nachhole. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal auf mein Parabla verweisen, wo ich die ganzen anderen Zarmonien-Romane von Walter Mörs besprochen habe. Wen es sehr interessiert, der kann sich dieses Parabla vorher nochmal reinziehen, Denn das führt dann letztlich zu dem, was ich hier in dieser Radio Zockerbude über das Labyrinth der träumenden Bücher erzählen werde. Den momentan zu diesem Zeitpunkt im August 2016 aktuellsten Band von den Zarmonien-Romanen. Das andere Thema ist nicht minder kulturell, es geht um den aktuellen Ninja Turtles Film, Ninja Turtles 2 Out of the Shadows, eine Michael Bay Produktion. Da war ich im Kino und als alter Turtles Fan und so Pseudo-Turtle-Spezialist kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, Da auch nochmal meinen Senf dazu zu geben, wie ich den Film denn so fand und ob es sich empfiehlt, den mal gesehen haben zu können. Bevor es damit aber los geht, erstmal ein schönes kleines Stück aus Fire Emblem für Game Boy Advance. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nun also zu der Buchbesprechung, das Labyrinth der träumenden Bücher. Ich höre die Fortsetzung zu Die Stadt der träumenden Bücher, aber bevor wir dazu wirklich kommen, ist mir noch eingefallen, wollte ich noch eine kleine Warnung aussprechen. Die hat jetzt nur entfernt was mit diesem Buch zu tun, aber es geht um ein anderes Mörs Buch, wo es was gibt, was ich noch dazu sagen möchte. Und zwar Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, schönes Buch und so weiter, alles gut. Und dazu gab es damals ja die Hörbuchfassung, die sehr, sehr gut gelungen ist von Dirk Bach. Und die hatte ich damals gehabt und die habe ich immer noch. Da sind keine Ahnung wie viele CDs, auf jeden Fall jede Menge CDs und wunderbar gelesen. Und ich dachte mir, es ist aber momentan inzwischen ein bisschen nervig, wenn du solche Hörbücher auf CD hast und musst dann aber die CD wechseln und so weiter. Und vor allem nicht mehr jeder von uns hat CD-Abspielgeräte. Das ist ja nun auch eine etwas aussterbende Technik. Deswegen dachte ich mir, hey, ich bin angemeldet auf einer etwas größeren Hörbuch-Plattform, hole ich mir das Hörbuch doch nochmal digital. Und da musste ich dann entdecken, dass es eine Neuauflage von diesem Hörbuch gibt. Zwar immer noch mit Dirk Bach, aber irgendwer hat sich dabei wohl gedacht, wie wäre es, wenn wir das Ganze noch mit völlig unangemessenen Soundeffekten versauen. Und zwar wirklich, wirklich versauen. An sich habe ich nichts dagegen, wenn man ein Hörbuch noch ein bisschen lebendiger dadurch gestaltet. Aber in dem Fall ist es wirklich grauenhaft. Also vor allem dieses Hörbuch hätte es wirklich nicht nötig gehabt in dem Sinne, weil Dirk Bach liest das bereits so lebendig. Und er hat so eine unglaubliche Stimmvielfalt, dass es zum Beispiel wirklich meiner Meinung nach schon irgendwie beleidigend ist, dass wenn er eine bestimmte Figur mit einer etwas schrilleren Stimme spricht, die dann nochmal extra mit irgendeinem Soundeffekt zu verzerren, einfach um die noch weiter voneinander zu trennen. Wirklich nicht nötig, weil Dirk Bach hat das wirklich drauf gehabt, dass du, ohne dass du den Namen einer Figur hören musst, hast du einfach anhand dessen, wie er diese Figur gesprochen hat, sofort erkannt, um welche Figur es da gerade geht, obwohl alles derselbe Sprecher ist. Ja und neben diesen ganzen komischen Stimmbearbeitungen halt noch jede Menge Soundeffekte, die einfach nur nerven. Also es zerstört dieses wirklich, wirklich schöne Hörbuch und ich kann nur davon abraten, sich diese Version zu holen. Wenn ihr an einem Hörbuch von Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaube interessiert seid, dann greift zur Originalauflage. Es ist einfach wesentlich besser. So, nun aber das Labyrinth der träumenden Bücher. Ich habe zuerst mal die Handlung zusammengefasst. Ich versuche dabei nicht so viel zu verraten. Ja, tu mein Bestes da zumindest, kann ich jetzt noch nicht versprechen. Aber nee, nee, ich werde schon um die sogenannten Spoiler herumkommen. Es ist wie gesagt die Fortsetzung zu Die Stadt der träumenden Bücher. Und sie spielt etwa 200 Jahre nach dem ersten Buch. Denn die Hauptfigur, Hildegunst von Mythenmetz, ist ja ein sprachbegabter Dinosaurier. Eine Rasse, die eine sehr hohe Lebenserwartung hat. Deswegen kann man solche großen Zeitsprünge durchaus machen. Im Unterschied zum ersten Band ist Hildegunst inzwischen ein großer und gefeierter Erfolgsautor. Und nicht mehr der kleine, unerfahrene Anfänger, wie eben in Band 1. Und er lebt zurückgezogen in seiner Heimat auf der Lindwurmfeste, bis er eines Tages erneut einen geheimnisvollen Brief bekommt. Also quasi ein sehr ähnlicher Ansatz wie schon im ersten Band. Und dieser Brief lockt ihn sozusagen erneut nach Buchheim, die Stadt der träumenden Bücher. Und im Großen und Ganzen dreht sich das gesamte Buch nur darum, wie sich Buchheim inzwischen verändert hat. Das heißt, wir treffen ein paar alte Bekannte wieder, wie den Aydeten und die Schreckse. Und noch ein paar neue Figuren, die auch noch mehr Hintergrundinformationen geben. Und im Wesentlichen ist es einfach nur 200 Jahre Geschichte von Buchheim in einem Buch zusammengefasst, aus der Sicht von Hildegunst von Mythenmetz erlebt. Und sonst im Grunde genommen nichts. Also die Handlung in diesem Buch ist sehr, sehr dünn. Es passiert so gut wie gar nichts. Es ist einfach nur jede Menge Exposition. Was sich jedenfalls am stärksten an dieser Stadt verändert hat, ist, dass nicht mehr das geschriebene Buch die höchste Kunstform ist, trotz des Namens Buchheim, sondern dass Literatur inzwischen in dieser Stadt durch das Puppentheater im Wesentlichen, naja, doch, doch schon irgendwie ersetzt wurde. Also es gibt zwar noch Bücher, aber die größte Kunstform ist nun das Puppentheater. Also Marionetten, Handpuppen, was auch immer. Und diese neue Kunstform hat diese Stadt fest im Griff sozusagen. Und alle und jedes große Kulturereignis dreht sich um das Puppenspiel. Und Hildegunst entdeckt das erstmals, dass es diese neue Kunstform im Wesentlichen jetzt auch für Erwachsene gibt und nicht mehr nur für Kinder. Und der beginnt eben mit Leuten zu reden, sich das Ganze erklären zu lassen, wie diese kulturelle Entwicklung überhaupt zustande kam, wer so die, was so die wichtigsten Theater sind. Und natürlich ist das Ganze von Mörs geschrieben. Das heißt, es ist bei weitem nicht so langweilig, wie ich es jetzt wahrscheinlich gerade habe klingen lassen, sondern die größte Stärke dieses Buches ist Mörs Detailverliebtheit. Also dass du wirklich zu jedem, zu jeder noch so kleinen Handlung, die so passiert ist in diesen 200 Jahren, dass du da quasi immer wie eine Anekdote noch dazu bekommst oder einen Kommentar von Hildegunst selbst. Und das ist alles sehr, sehr witzig, wie immer aufgearbeitet. Und das Wort Exposition habe ich jetzt nicht umsonst gewählt, sondern es fühlt sich tatsächlich, also das ganze Buch fühlt sich einfach an wie eine riesige Exposition für das nächste Buch, was ja hoffentlich dieses Jahr, vermutlich wahrscheinlich wieder erst nächstes Jahr erscheinen wird. Es war das Schloss der träumenden Bücher. Hat ja Mörs angekündigt, dass es eine Trilogie wird. Und das Schloss wurde jetzt schon so oft nach hinten verschoben. Ich glaube, es sollte schon vor Ewigkeiten erscheinen und es wird immer wieder verschoben. Und ich hoffe, wir kriegen es irgendwann bald. Was ich mir daher vom nächsten Band, vom Schloss der träumenden Bücher erwarte, ist, dass es direkt losgeht, direkt mit Abenteuer losgeht. Denn Abenteuer finden wir in diesem Buch leider gar nicht. Denn wie gesagt, es ist einfach nur ein Stadtbericht. Und ich meine, ohne jetzt das Ende zu verraten, man kommt, wenn man weiß, wie dieses Buch ausgeht, dann weiß man auch, wo das nächste Buch anfangen wird. Und daher gibt es da auch gar keine andere Wahl, als direkt mit Abenteuer einzusteigen beim nächsten Buch. Im Wesentlichen. Deswegen kann ich dieses Buch tolerieren, obwohl es mein wahrscheinlich am wenigsten geschätzter Zermonien-Roman ist, eben weil es quasi keine richtige Handlung gibt, sondern einfach nur jede, jede Menge Dialog, der nur als Exposition dient für das nächste Buch. Es ist einfach nur, als hätte Mörs einen gewaltigen Roman geschrieben und den nach der Exposition abgehackt und gesagt, hier, das ist ein eigenes Buch. Was wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt ist, einfach weil dieses Buch ist trotzdem wahnsinnig lang, auch wenn es eigentlich nur Exposition ist. Und ich weiß, es geht nicht nur mir so, dass ich diesen Zermonien-Roman ein wenig kritisch betrachte, aber ich glaube, das hat auch viel mit Erwartungen zu tun. Als ich den 2012 oder wann er erschien zum ersten Mal las, fand ich den auch sehr, sehr enttäuschend. Einfach weil meine Erwartungen daran ganz anders waren. Ich dachte wieder, ah, wir treffen wieder die Buchlinge und große Abenteuer in den Katakomben und was weiß ich. Nein, das ist einfach nur wie der Anfang vom ersten Band, von der Stadt der träumenden Bücher, nur halt wesentlich länger. So wie als wäre, du kannst dir das vorstellen wie die Stadt der träumenden Bücher, wenn Hildegunst niemals in die Katakomben gekommen wäre, sondern einfach nur in der Stadt gelebt hätte für eine ganze Weile und dir erzählt aus der Stadt. Und inzwischen weiß ich dieses Buch doch etwas mehr zu schätzen, eben weil es so viele schöne Details enthält. Einer der wichtigsten Punkte von das Labyrinth der träumenden Bücher ist, wie sich der Held verändert hat in den 200 Jahren. Das ist ja nun das dritte Mal in einem Zermonien-Roman, dass wir direkt mit Hildegunst von Mythenmetz konfrontiert werden, als Protagonist im Wesentlichen. Wobei, das erste Mal, als wir ihn getroffen haben, war er als Autor von Ensel und Krete. Dort haben wir ihn ja als alten, schon immer noch sehr überheblichen Autoren, Erfolgsschriftsteller kennengelernt. Die Stadt der träumenden Bücher war ja, wie gesagt, noch unbekannt und naiv und erzählt einfach nur so von seinen ersten paar Ausflügen in die Literaturwelt sozusagen. Und das hier ist jetzt so das Mittelstück. Hier ist er gerade auf dem Höhepunkt seiner Arroganz und auf dem Höhepunkt seiner Unausstehlichkeit. Er hat schreckliches Da-Allüren und hat nicht bemerkt, dass die Mode und der Literaturgeschmack sich längst gewandelt haben und er einfach nur noch auf seinen alten Lorbeeren, auf seinen alten, verdurten Lorbeeren ruht. Und jetzt erst wieder langsam aus dem Knick kommt, um einfach diese Dekadenz, in die er sich zurückgezogen hat und in seiner eigenen Arroganz sich davon zu lösen und doch wieder mal ein bisschen versuchen, mit der Zeit zu gehen, weshalb er dann den Puppetismus entdeckt und sich deswegen entscheidet, darüber sein neues Buch zu schreiben. Und darüber kommen wir dann zu den ganzen Recherchen über den Puppetismus, über das Puppenspiel. Und diese Recherche ist meiner Meinung nach das Beste am gesamten Buch. Das findet irgendwann dann so in der zweiten Hälfte des Buches statt, wo er einfach nur ohne chronologische Reihenfolge einfach nur seine Recherche auflistet und einfach Notizen aus seiner Recherche und was er so erzählt und was er so entdeckt hat in dieser neu gebauten Stadt der träumenden Bücher, die er sich quasi aus der Asche wieder erhoben hat nach dem, was im ersten Band so passiert ist. Und hier punktet einfach wieder Mörs mit seiner großen Stärke den Details einfach und seinen Witz und den Details und das hast du hier in geballter Ladung. Diese ganze Recherchearbeit ist wirklich mit Abstand das Beste und darauf freue ich mich auch immer wieder. Vor allem in der Hörbuchfassung skippe ich eigentlich meistens direkt dahin. Das Hörbuch übrigens gelesen von Andreas Fröhlich, wie auch schon der Schrexenmeister, bin ich nicht der größte Fan von. Also Andreas Fröhlich ist zwar super, wählt aber meiner Meinung nach für die Figur von Hilde Gunst eine etwas nervige Stimme und dadurch, dass er der Hauptcharakter ist, ist man mit dieser etwas nervigen Stimme die ganze Zeit konfrontiert. Also da hätte mir Andreas Fröhlich normale Stimme, die mit der er zum Beispiel ja auch Echo das Krätzchen gesprochen hat, wesentlich lieber gewesen. Überhaupt finde ich, wählt er in diesem Buch viele, viele nervige Stimmen. Es gibt zum Beispiel einen längeren Abschnitt, wo sich Hilde Gunst mit so einer Art Zeitungsjungen unterhält und das ist einfach eine wahnsinnig nervige Figur, zumindest so wie er den spricht. Die andere Hauptfigur ist die Schrexe, die wir schon in Band 1 kennengelernt haben. Die spricht er im Wesentlichen 1 zu 1 wie Sokubius Eispin in der Schrexenmeister. Was geht? Weil das ist eine relativ angenehme Stimme, der man gut zuhören kann. Das ist auch einer dieser Punkte bei Andreas Fröhlich, zumindest was die Zermonien-Romane angeht. Ich kenne ihn sonst nicht aus so vielen anderen Sachen, beziehungsweise woanders wäre mir nicht so aufgefallen, beziehungsweise woanders wäre ich nicht so konfrontiert gewesen, so enorm mit ihm. Und zwar ist es so, er hat meiner Meinung nach, wenn er ganz normal spricht, eine deutlich angenehmere Stimme als Dirk Bach. Dirk Bach, selbst wenn er normal spricht, ist ein bisschen kreischig, hat halt eine sehr helle, quäkig ist vielleicht das falsche Wort, aber doch eine etwas anstrengende Stimme auf Dauer. Den Vorteil, den Dirk Bach hatte oder uns gebracht hat, als er noch die Zermonien-Romane vertont hat, war, dass er eine wesentlich größere Stimmvielfalt hatte. Also Dirk Bach konnte Romane vorlesen mit einem großen Personal und jeder klang irgendwie anders und du konntest jeden direkt unterscheiden, was ich schon bei Käpt'n Blaubeer erwähnt habe. Andreas Fröhlich hat insgesamt die angenehmere Stimme, aber hat nicht so, also zumindest nach meinem Gefühl, nicht so diese riesige Bandbreite. Man erkennt viele Stimmen doch schnell aus dem anderen Roman wieder und vor allem auch innerhalb dieses Romans fällt es mir nicht immer ganz leicht, Figuren auseinanderzuhalten, wobei er sie innerhalb von Szenen, innerhalb von einzelnen Szenen auf jeden Fall gut genug differenziert, dass man sie es noch sehr gut anhören kann. Das soll auch gar nicht so ein großer Verriss über die Hörbuchfassung von Labyrintheträumen in Büchern sein. Man kann sich das nach wie vor sehr gut anhören. Es ist aber nicht so, dass es wie bei den anderen Hörbüchern vorher so locker wie in einem Rutsch runtergeht. Zumindest hatte ich immer das Gefühl, also die anderen Hörbücher kann ich mir stundenlang ohne große Unterbrechung anhören, ohne dass es irgendwie mir auf den Keks geht. Hier musste ich von Zeit zu Zeit immer mal unterbrechen. Und wo wir schon bei Kritik sind, bei der ganzen Sache, die Stelle, die am meisten in diesem Buch kritisiert wird und auch die, die ich auch ziemlich kritisch sehe, ist, dass ein Großteil des ersten Bandes in etwas anderer Form hier nochmal komplett nacherzählt wird. Und zwar geht der gute Hilde Gunst irgendwann in ein berühmtes Theater, wo sie sein Buch, nämlich den ersten Teil, also die durchstatt der träumenden Bücher, als Puppentheater aufführen. Und er erzählt dann in allen Einzelheiten, wie sie dieses Buch umgesetzt haben auf der Bühne. Das ist stellenweise echt originell und auch ganz witzig und ganz cool zu hören und sich vorzustellen, wie könnte das ein solches, sag ich mal, Fantasy-Theater umsetzen, so ein Buch, wenn diese Mittel, die dieses Theater hat, so total astronomisch und total crazy sind. Es geht aber einfach viel zu lang und es ist einfach viel zu detailliert. Also es sind halt wirklich mehrere Kapitel, die wir in diesem Theater zubringen und in denen wir im Wesentlichen nochmal die Handlung des ersten Teils nacherzählt bekommen. Nur eben auf der Bühne fand jetzt das und das statt. Ich erzähle es jetzt gerade wieder so, als wäre das total langweilig. Ist es aber eigentlich von den Ideen her nicht. Es zieht sich einfach nur viel zu sehr. Hätte ruhig durchaus kürzer sein können, meiner Meinung nach. Ich jedenfalls bin nach wie vor gespannt wie ein Flitzebogen auf das Schloss der träumenden Bücher. Ich hoffe, wir kriegen das endlich mal irgendwann. Ich möchte nämlich schon gern wissen, wie es weitergeht. Denn was dieses Buch wirklich gut macht, ist, es wirft jede Menge Fragen auf. Und jede Menge Fragen, die dir in diesem Buch nicht beantwortet werden, sondern die ganz klar auf den dritten Teil abzielen. Und ich möchte es jetzt endlich mal wissen. Gut, in diesem Sinne, das war es erstmal mit In der Stadt der träumenden Bücher. Habe ich das quasi auch nochmal nachgeholt von diesem etwas verloren gegangenen Video von damals. Hören wir jetzt noch ein Lied zu einem Labyrinth, ein mysteriöses, geheimnisvolles Labyrinth, der Waldtempel aus Ocarina of Time. Und danach geht es weiter mit den Ninja Turtles. Wie gesagt, du hast schon nie weit, Wie gesagt, ich glaube, es kommther an Labyrinth, dann geht es weiter hinzu, es geht an Labyrinth, ein09-Drummer, Musik Hey, jetzt kommen die Hero-Turtles. Superstarke Hero-Turtles? Fragezeichen. Musik 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 Dummerweise beißt sich dieser Film ein wenig mit dem verhunzten ersten Teil, auf dem er ja nun leider aufbauen muss. Das merkt man schon an der leider sehr geringen Interaktion zwischen Krang und Schredder. Krang haben sie in diesem Film sehr, sehr eng an sein Original gehalten aus der 87er Serie. Das heißt, er ist bösartig, aber irgendwie auch so albern, dass man eigentlich über ihn lachen muss. Nun hat man aber im ersten Teil Schredder zu einem eher langweiligen 0815 Bösewicht gemacht. Und das heißt, man kriegt hier nicht diese schöne Beziehung raus, wie sie die alten Bösewichte hatten. Also dieses alte Ehepaar Krang und Schredder. Das kommt hier leider nicht raus, weil Schredder in dieser Filmreihe leider der letzte Langweiler ist. Es ist halt einfach nur irgendwie ein Bösewicht, der gelegentlich mal einen Helm trägt. Krang dafür, Daumen hoch für Krang. Krang haben sie sehr gut gemacht. Was mich leider zu einer anderen Kritik an diesem Film bringt, nämlich Krang ist viel zu wenig zu sehen in diesem Film. Ich weiß, Krang war auch im Original eher der Drahtzieher im Hintergrund, der andere Leute ausschickt. Aber das heißt ja nicht, dass wir diesen Part auch hier übernehmen müssen. Wenn Krang deutlich besser gelungen ist als Schredder, dann macht bitte viel mehr Krang. Vor allem, Schredder ist in diesem Film tatsächlich nur der Handlanger. Du hättest Schredder, du hättest diesen ganzen Film machen können und Schredder einfach weglassen. Denn Schredder macht auch nicht viel anderes, als Baxter Stockman und Bebop'n'Rox Teddy herumzuscheuchen. Das hätte genauso gut Krang übernehmen können. Du hättest diesen Film so machen können, dass du Schredder streichst und alle Szenen, in denen Schredder vorkommt, ersetzt du ihn einfach durch Krang. Und dann hättest du automatisch einen wesentlich besseren Film gehabt. Und dann hätte man nämlich noch was übrig gehabt für den dritten Teil, der wahrscheinlich irgendwann kommt. Denn dann hat in Teil 1 Schredder versagt, dann hat in Teil 2 Krang versagt. Und dann könnte man nämlich in Teil 3 so stricken, dass sich die beiden nämlich erst dann zusammentun und nicht schon hier. Und ja, Baxter Stockman taucht auch auf, so eine kleine lustige Nebenfigur aus, ja, so ziemlich jeder Turtles Inkarnation. Baxter Stockman taucht früher oder später immer irgendwie auf. Baxter haben sie hier eher nach den Comics modelliert und weniger nach der TV-Serie. Das heißt, er ist ein Afroamerikaner und er verwandelt sich auch nicht in eine Fliege, zumindest noch nicht. Ich vermute, das heben die sich für den dritten Teil auf. Dafür kommen Bebop und Rocksteady vor und meiner Meinung nach sind Bebop und Rocksteady das Beste an diesem Film. Die sind wirklich perfekt gelungen. Die verhalten sich wie die alten Figuren. Das Design ist eindeutig erkennbar, dass sie Bebop und Rocksteady sind, nur ein bisschen geupdatet. Wobei, so ein paar Punkte haben sie doch gelassen, die so sehr 80er sind. Zum Beispiel Bebops, Lila, Iroquese und die Crazy Brille, die sind nach wie vor da. Also, super. Und wir sehen sie am Anfang in menschlicher Form und dann werden sie erst im Laufe des Films zu Mutanten. Natürlich muss ich hierbei erwähnen, dass Rocksteady, also das Nashorn von Sheamus, dem WWE-Wrestler, gespielt wird. Was mich persönlich irgendwie sehr freut. Ich meine, das hat jetzt für den Film nicht wirklich eine Relevanz, aber es war trotzdem irgendwie schön, Sheamus zu sehen da auf der großen Leinwand. Und jetzt hat Sheamus was mit Diesel aus den 90ern gemeinsam. Nicht nur, dass beide so etwa zu den enttäuschendsten World Champions gehören, die die WWE je hatte, sondern sie haben auch beide Bösewichte in Turtles-Filmen gespielt. Der Humor des Films ist so lala. Ich habe es mir weiter schlimmer vorgestellt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das in letzter Zeit häufig sage, wenn es um Turtles-Filme geht. Jedenfalls der Humor. Viele Jokes landen da, wo sie hingehören, im Klo. Andere zünden ganz gut. Hält sich so etwa die Waage, finde ich. So 50-50. Die Jugendsprache dabei ist wahrscheinlich zeitgemäß. Trotzdem zieht es sich bei mir immer so ein bisschen zusammen, wenn ich die Ninja Turtles sowas hören sage wie krass geil, Alter, oder sowas. Dann denke ich mal, benutzt gefälligst meine Jugendsprache. Oder es war nicht mal wirklich meine Jugendsprache, aber sagt gefälligst wieder sowas wie abgefahren oder molto bizarro oder sowas. Apropos Manno, Megan Fox spielt wieder die April O'Neil. Nach wie vor ein Stück Holz, was einen halbwegs knackigen Hintern hat. Nein, schon ziemlich einen knackigen Hintern, aber mehr als knackiger Hintern ist April leider in diesem Film nicht. Sie ist einfach nur Eye-Candy. Was sehr schade ist, denn April O'Neil ist tatsächlich eine wichtige Figur im Ninja Turtles-Universum. Egal in welcher Inkarnation, vielleicht mal von Next Mutation abgesehen. Im Original, bzw. im Original in den Comics war sie eine Wissenschaftlerin, die den Turtles dadurch immer ein bisschen helfen konnte. Dann in der 87er Serie war sie eine Reporterin, die eben auch viel für die Turtles herausfinden konnte, allerdings auf eine andere Art und Weise und die man häufig retten konnte, weil sie als Reporterin einen guten Grund hatte, sich immer wieder in Schwierigkeiten zu begeben. Investigativer Journalismus, jemand der seinen Job hier noch ernst genommen hat. Aber diese hier ist einfach nur, ja, sie ist einfach nur da. Und dafür, dass sie einfach nur da ist, hat sie viel zu viel Screentime. Bin kein großer Fan davon. Ich habe gehört, zumindest gerüchteweise, dass die alte April aus den alten Filmen, bzw. aus dem allerersten Turtles-Film, die Judith Hoke, wie sie hieß, dass sie in diesem Film wieder mitspielen sollte und Aprils Chefin werden sollte, was aber dann scheinbar nicht stattfand. Also sie ist auf jeden Fall nicht Judith Hoke, die gute Frau, die hier Aprils Chefin spielt. Was ich schon schade und ein bisschen enttäuschend fand, weil ich hatte mich echt auf sie gefreut, denn was Live-Action-Aprils angeht, kommt niemand an Judith Hoke ran. Die hat die Rolle wirklich großartig gespielt. Genauso wie der Casey Jones damals, ich habe den Namen, ich vergesse den immer wieder, der Typ, der Casey Jones in Turtles 1 und 3 gespielt hat. Der ist so ein bisschen dran schuld, meiner Meinung nach, dass wir Casey Jones jetzt in so ziemlich jeder Turtles-Inkarnation seitdem als so eine Art fast Hauptcharakter erdulden müssen. Und ich weiß das Argument, warum wir immer wieder Casey Jones einbauen, weil er nun mal so ziemlich der einzige menschliche, männliche Charakter ist, der April irgendwann flachlegen kann. So dringend habe ich es aber gar nicht, April flachgelegt zu sehen. Und ich brauche auch nicht unbedingt Romanzen-Klischees. Wenn man schon Casey Jones einbaut, hätte man sich meiner Meinung nach an den 87er-Cartoon orientieren sollen. Dort taucht Casey Jones ja vielleicht einmal pro Staffel auf. Und das Beste an ihm dort ist, dass seine ganze Persönlichkeit daraus besteht, dass er einfach nur ein wahnsinniger Psychopath ist, der Verbrecher zusammenschlägt. Also er ist sozusagen das, was die Turtles sind, wenn ihr Moralkompass ein bisschen zu sehr in Richtung gnadenlose Gerechtigkeit ausschlagen würde. Also er ist einfach nur ein Typ mit einer Hockeymaske und einem Baseballschläger und einem Eishockeyschläger, der Leute verprügelt, wenn sie Ladendiebstahl begehen oder sowas. Und so einen Casey Jones hätte ich mir vielleicht mal eher gewünscht. Den hätte ich gerne mal auf der Leinwand gesehen. Nicht der smarte, coole Casey Jones, sondern Psychopathen Casey Jones. Wusstet ihr, dass man Casey Jones Gesicht in der 87er-TV-Serie nie zu sehen bekommt? Er hat immer seine Hockeymaske auf und er ist immer super sauer und er ist immer zornig und er ist immer drauf und dran, jemanden in den Arsch zu treten. Den Casey Jones will ich sehen und nicht Stephen Amell. Denn ja, Casey Jones wird von Stephen Amell gespielt. Vermutlich kein schlechter Schauspieler. Ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Das ist der Typ, der Green Arrow spielt in so einer TV-Serie. Und den kenne ich eigentlich, ich kenne die TV-Serie nicht. Die einzige Stelle, wo ich Stephen Amell herkenne, ist von der WWE, weil er da mal ein kleines Programm gegen Stardust und Bad News Barrett hatte. Und das war gar nicht so schlecht. Das konnte man sich mal ansehen, was Promi-Auftritte in der WWE angeht, was Stephen Amell durchaus einer der Besten vermutlich. Aber so hier hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber zurück zu positiven Dingen. Das, was mir in diesem Film wirklich gut gefallen hat, ist, dass die Gewichtung der vier Helden, der vier Turtles, hier schön im Gleichgewicht ist. Einer der größten Probleme, die ich mit dem ersten Film hatte, ist, dass es ab der Hälfte des Films plötzlich die Raphael-Show war. Drei der Turtles werden gefangen genommen und jetzt sind wir ewig lang nur mit Raphael unterwegs. Und so sehr ich Raphael mag, er ist a. sowieso nicht mein Lieblingsturtel und zweitens, ich mag die Turtles als Team vor allem zusammen. Und das wird hier deutlich mehr in den Vordergrund gespielt. Jeder hat so seine besonderen Eigenheiten, aber trotzdem treten sie fast immer als Team auf. Und wenn sie sich mal aufteilen, dann sind es zumindest Zweierteams. Und auch hier hat es wirklich sehr gut zu den Charakteren gepasst, dass Leonardo und Raphael zerstreiten sich mal wieder, wie in fast jedem Turtles-Film. Und dass dann Leonardo sagt, hier, ich ziehe mit Donatello los und wir gehen zu zweit. Und ihr beide, ihr anderen beiden Pappnasen, ihr bleibt hier. Und die anderen beiden ziehen natürlich dann auch für sich los. Und dass sich dann Raphael eher an Michelangelo orientiert, der ja neben ihm auch der eher emotionalere Turtel ist. Was ich auch sehr gut fand. Also Michelangelo ist wirklich super hässlich designt, aber sein Charakter wurde hier ziemlich gut getroffen, im Sinne von, dass er der emotionalste Turtel ist und dass auch gezeigt wird, wie tief es ihn eigentlich trifft, dass die Menschen trotz seiner guten Taten Angst vor ihm haben. Und auch Leonardo ist zur Abwechslung mal nicht der, sag ich mal, langweilige einfach 0815-Anführer, der sonst keine andere Persönlichkeit hat, außer ich bin der Anführer. Sondern hier ist er schon mitunter ein bisschen arschig auch zu den anderen. Und er nutzt seine Rolle als Anführer schon ein bisschen aus. Also er ist hier so ein bisschen der Cyclops geworden, der Truppe. Ist zwar nach wie vor bei weitem nicht so gut wie die 2012er Serie, die alle vier Charaktere meiner Meinung nach perfekt getroffen haben. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wenn man das für den nächsten Film beibehalten könnte, da wäre ich sehr mit zufrieden. Aber sonst, insgesamt bin ich eigentlich recht zufrieden mit diesem Film. Diesen Turtles-Film würde ich mir sogar noch problemlos ein zweites Mal anschauen. Im Gegensatz zum ersten, den ich eigentlich nicht unbedingt nochmal in meinem Leben sehen muss. Den ich eigentlich ziemlich scheiße finde, umso mehr darüber ich nachdenke. Süderle, das war's mit Radio Zorgerbrude in diesem Monat. Ich werde mich dann wohl mal wieder zurück machen an Illusion of Time. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich jammer darüber jeden Monat rum, dass, äh, yo, 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 Illusion of Time ist das schwierigste Spiel, das ich je in meinem Leben reviewt habe. Und das ist tatsächlich so. Also ich weiß nicht, ob's an mir liegt und ob ich einfach nur langsam werde inzwischen. Aber ich hab's echt total unterschätzt, wie knifflig es ist, dieses Spiel und dessen Handlung in Worte zu fassen und danach noch zu analysieren. Also Legacy of Cain war irgendwie gefühlt zumindest ein Klacks dagegen. Ich werd also wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, tut mir sehr leid. Beziehungsweise, na, wirklich leid tut's mir nicht. Aber einfach nur als Erklärung, warum irgendwie das alles ein bisschen dauert bei mir momentan. Es ist einfach neben der Arbeit nicht immer so easy, alles zu handeln, sag ich mal. Okay, genug gejammert. Wir hören jetzt noch Musik und zwar, hm, jetzt ging's grad um Schildkröten, aber ich will nicht schon wieder irgendein Turtles-Lied spielen. Es gibt Schildkröten in Blubbelglob-Swamp aus Banjo-Kazooie. Und das hören wir jetzt bis zum nächsten Monat. Schildkröten in Blubbelglob-Swamp aus Banjo-Kazooie. 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 Vielen Dank.